Hey ho Leute und willkommen zurück zu The Night of the Rabbit, wo wir jetzt erstmal Nacht machen wollen. Oh, wir haben eine Errungenschaft Kalenderblatt bekommen. Scheinbar haben wir so oft Tag und Nacht gewechselt, dass wir einen ganzen Monat verbraucht haben. Gut zu wissen. Und jetzt wollen wir mal hier reingehen. Und ich will mal schauen, ob wir hier... Dann mal raus mit dem verdörrten Ding und rein mit dem neuen Samen. Wachse und gedeie. Es geschieht nichts. Ach was. Ist das nicht ein besonderer Blumentopf? Er ist besonders rein, doch kein Zaubertopf. Wird der Samen denn jetzt trotzdem rechtzeitig sprießen? Dass du uns helfen willst, macht diesen Ort schon Wärme. Doch nicht warm genug, um diesen Keim rechtzeitig zu wecken. Wenn ich ein Löwenzahnschirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Wir können doch nachhelfen, oder? Es funktioniert. Sie wächst. Es funktioniert. Hurra? Party? Du hast es wirklich geschafft. Du hast den verdörrten Boden dazu gebracht, die Früchte zu tragen, die unser Überleben sichern. Jeremias, du bist wahrhaftig der Zauberfalter, den wir gesehen haben. Na, eigentlich bin ich... Egal, wie merkwürdig du aussiehst. Was? Äh, danke, aber... Du suchst das Portal. Und du hast es gefunden. Einst kamen wir durch jenen Spalt in diese Welt. Die Welt, die du dort finden willst, die wir hinter uns gelassen haben, ist kalt geworden. Furchtbar kalt. Aber ich habe keine Jacke dabei. Die Kraft unserer ungeschlüpften Hohe Priesterin wird dich schützen, so wie sie uns auf unseren Reisen schützt. Es scheint uns bestimmt weiter zu ziehen, genauso wie auch dir. Bannläufe. Okay. Wir haben es geschafft. Du wirst diese Welt verändert vorfinden, wenn du aus der Kälte zurückkehrst. Ich spüre, wie sich das Schicksal zu Sonne beirrt. Wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas süßt, betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt durchqueren? Nein, ich will da jetzt noch nicht durch. Noch nicht. Ich will mich noch etwas in Ruhe im Mauswald umsehen. Das Portal steht für dich offen. Kehre jede Zeit zurück. Okay, wir können hier jetzt durchs Portal durch. Aber das hört sich so an, wie als sollten wir erst noch Dinge hier tun. Ich schaue mal, was wir hier noch tun könnten. Wem wir hier noch helfen könnten. Da muss es doch mit Sicherheit noch was geben, oder? Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir nicht irgendwo... Okay, da haben wir die Einladung schon. Ich weiß immer noch nicht, wieso die Dinger da sind. Es fehlt auf jeden Fall noch ein Sticker, oder? Der Sticker fehlt uns noch, den würde ich gerne noch suchen. Und ich würde gerne die Reste in zwei Tropfen noch finden. Müssen wir nicht hier finden? Außerdem können wir eine Runde Karten spielen. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht mal sicher, ob wir so Karten spielen müssen. Ich glaube, wir können auch Leute direkt herausfordern. Das probiere ich jetzt mal aus. Ob wir das können. Wir haben doch hier auch das Kartenspiel. Wir können dann damit sagen, hier, bewaffnete Stadtwache, ich würde gerne mit dir spielen. Du hörst nie auf. Wir schauen jetzt mal, mit wem wir so spielen können. Aber das würde ich doch gerne noch machen. Und ich würde die restlichen Tropfen noch finden. Also falls ihr irgendwo einen Tropfen gefunden habt, sagt das mir. Diese Tropfen. Gimme das stuff. Ähm. Nein, danke. Ich bin... Mist. Suchen wir mal ein bisschen, wer mit uns spielen will. Mal rein theoretisch können wir uns so noch Karten verdienen, oder? Sowas können wir nicht in Zahlung. Nein, nein. Haben Sie Lust? Für sowas? Och. Eagle-Brüder. Sehr. Gerne. Yeah. Neues Spiel, neues Glück. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Ähm. Irgendwann mach ich die in Karten erst mal. Die Karte, die hast du bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Das war das erste Mal. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Na warte. Gegner fragt nach Karte. Die haben wir nicht. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Gegner Quartett. Wähle eine Karte. Hebt er natürlich genau die Karte auf, die ihm noch fehlt. Ist klar. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Ja. Wollte schon Nein sagen. Ich will schon wieder ein Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Du hast doch bestimmt hier mich. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein. Schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Gegner fragt nach Karte. Die haben wir nicht. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Ähm. Vielleicht hast du... Die da? Die Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Sehr schön. Aber die andere hat er wahrscheinlich noch nicht. Und hiervon müsste er einige haben. Die Karte. Die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Mist. Karte aufnehmen. Schon wieder ein Quartett. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Mist. Na warte. Ich frag dann noch nach der anderen. Gegner fragt nach Karte. Na, die haben wir nicht. Karte aufnehmen. Gegner Quartett. Du bist an der Reihe. Diese Quartettrunde ist äußerst merkwürdig. Ähm. Er sollte die zwei und die drei haben. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte in der hast. Außer hat sie mittlerweile bekommen. Die Karte, die hast du bestimmt. Nein, schon wieder nicht. Karte aufnehmen. Mist. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Jetzt fragt er nach der zwei noch und dann hat er alle. Ne, die hat immer noch nicht die andere. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Quartett? Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Gib mir, gib mir, gib mir. Gegner Quartett. Oh, er hat... Nein. Wähle eine Karte. Du hast doch davon mittlerweile auch alle, oder? Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Ja. Mal sehen. Die auch noch. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, warte. Mist. Ist das jetzt? Ja, er hat sie jetzt. Schon wieder ein Quartett. Gegner fragt nach Karte. Gegner fragt nach Karte. Ne, macht er nicht. Fast. Krass. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Oh, was frag ich wohl? Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Und er hat die vierte auf jeden Fall. Die dritte hat er nicht. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass sie die letzte noch hat. Dass sie mittlerweile die Karte gezogen hat. Ich habe die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Ja. Quartett. Game over. Gewonnen. Wir hätten beim vierten Zug Quatsch. Yay. Wir haben gewonnen. Aber leider nichts bekommen. Schade. Ich weiß gar nicht, ob wir von irgendjemand was bekommen können. Aber wenn nicht, spielen wir ein bisschen Quartett. Allein schon, weil es Spaß macht. Und weil wir suchen, weil wir so suchen können, ob wir noch irgendwas brauchen. Und weil ich irgendwo noch Tropfen finden will. Irgendwo müssen noch die restlichen Tropfen sein. Zwei Stück fehlen noch. Zwei Stück fehlen noch. Ich habe da mal gerade eine Idee, um die zwei Tropfen zu suchen. Was? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was? Du bist aber noch spät auf den Beinen. Na, wohin soll es gehen? Ich würde gern da hin. Dort ist der Fluss. Da kann ich dich leider nicht hinbringen. Überall Krügel und Reste. Da oben sind die Dinger. Da ist... Anja ist andauernd am Putz. ...Fahrtbaum, die Ollenmauer. Hier im Rathaus. Explodieren Ihre Kuchen jetzt oder haben die Kunden einfach keine Tischmaniere mehr? Ich glaube, wir finden echt nichts mehr so. Okay, dann wandern wir wieder hoch. Auf geht's! Halt dich fest, Cherry. Wir gehen durchs Portal und regnen die letzte Reise an. Oh mein Gott, ich bin gespannt, was hinter dem Portal ist. Aber ich glaube, was hinter dem Portal ist... Wow. Schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Einfach nur, um euch zu ärgern. Schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich wie immer riesig freuen. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, was sich auf der anderen Seite des Portals befindet. Genau da. Da. Bis dann. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao. Ciao.